Ja, Hallihallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Skill4Games. Ja, ich langweile mich gerade zu Tode und mir sind gerade irgendwie, weiß nicht, tausend Themen eingefallen, die ich noch machen wollte und würde und gerne machen will. Zuallererst ein Thema, welches mich jetzt selbst betrifft, das werde ich jetzt heute ansprechen und zwar geht es um Monitore, speziell natürlich um Gaming-Monitore. Was mich da stört, was es nicht gibt und welche Monitore man sich überhaupt kaufen kann und sollte. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, da ging es eher so um die Unterschiede zwischen TN und IPS-Panel. Das Video ist schon etwas älter und ich habe jetzt auch einen Artikel hier gefunden, wo man nochmal so alles nachlesen kann. Ja, schaut euch das wieder am besten auch mal an. Da habe ich so TN und IPS ein bisschen verglichen, das werde ich jetzt hier heute nicht mehr tun, sondern ich rede mehr so über die Probleme, die Monitore so bieten, beziehungsweise warum es für mich keinen perfekten Gaming-Monitor gibt. So, bevor ich jetzt anfange, jetzt klingelt mein Handy hier, bevor ich jetzt anfange, ich mache mal kurz Fraps hier weg, bitte ich euch nochmal ganz kurz ein paar Themen in die Kommentare zu schreiben oder eben ihr stimmt über Themen ab, weil so ein paar Sachen fallen mir eben noch ein. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Und zwar wollte ich einmal über den PC der Zukunft reden, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier. Ich kenne mich nicht ganz so gut mit Fraps aus und weiß nicht, ob jetzt hier wirklich der ganze Bildschirm aufgenommen wird. Hoffe ich einfach jetzt mal. So, seht ihr hier meinen Desktop? Das sind meine Desktop-Sachen. Das ist ziemlich aufgeräumt, wie ihr seht. Ich verstecke keine Sachen. Das ist auch mein einziger Monitor zurzeit. Hier mein Dell UltraSharp. Und dann habe ich hier sowas, mein PC Zukunft, denn einmal das erste Thema wäre, soll ich mal über den PC meiner Zukunft reden? Also was soll der PC, also mein PC in zwei Jahren, sage ich mal so circa, haben? Also was will ich für einen PC haben? Was soll der für Technik haben und sowas? Da habe ich mir schon so ein paar Sachen rausgesucht, wo ich weiß, dass die Techniken dann verfügbar sein werden. Jetzt Stichwort DDR4-Rahmen und sowas. Da könnt ihr mal für abstimmen. Dann über Grafikkarten nochmal. Die R9-290X ist ja draußen. Da könnte ich einmal drüber reden und über die 780Ti nochmal so ein bisschen vergleichen. Kam im letzten Video ja auch schon. Ist jetzt nicht ganz mein Favorit. Aber ich könnte eben über die R9-290X reden. Und ja, was war denn noch das Thema? Das letzte habe ich jetzt wieder vergessen. Warte, Monitore, mein Zukunfts-PC. Ach genau, und mein aktueller PC. Was stört mich an meinem PC? Soll ich so ein bisschen mal meinen PC zeigen? Das heißt, ihr seht da nicht meinen Desktop, sondern wirklich meinen PC. Das wäre so eine Idee. Okay, dann zeige ich euch mal, was mir selbst noch nicht so gefällt. Und ich kann euch die Neuerungen zeigen. Mein letztes Setup-Video, genau hier. Nochmal vielen, vielen Dank für so eine krasse Aufrufzahl hier. Für so eine krasse Menge, die ihr hier drunter gepostet habt. Und vielen, vielen Dank an alle Leute, die den Daumen hoch gegeben haben. Natürlich gibt es immer so einige Neider und all sowas. Und viele, die dann denken, dass ich mir das in zwei, drei Tagen alles zusammengespart habe. Nein, ich bin weit davon entfernt, reich zu sein. Also ich bin in einer Ausbildung. Das sage ich euch, in einer Ausbildung. Da bekommt man nicht gerade viel Geld. Und ich habe auch ein Auto, das kostet verdammt viel. Und ja, deswegen, ich bin auf keinen Fall reich. Ich habe an anderen Ecken gespart. Ja, ich sage so, ich rauche nicht. Ich trinke kaum irgendwie mal Alkohol oder so. Oder gehe jetzt irgendwie in Discos. Da ist man ja auch schon jedes Wochenende dann irgendwie über 50 Euro los. Oder manchmal sogar 100, keine Ahnung. Ich fahre im Grunde gar nicht in Urlaub. Weil, ich weiß nicht, wenn ich Urlaub machen will, dann natürlich gleich richtig. Dann wäre das ein bisschen teurer. So, und deswegen, ich spare einfach in anderen Ecken und Stellen. Und kann mir so dann eben einen ganz guten PC leisten. Ja, jedenfalls, ich würde die aktuelle PC-Hardware einfach mal so zeigen. Jetzt kein richtiges Gaming-Setup wieder. Sondern einfach nur zeigen, was ich aktuell drin habe. Was mich noch so ein bisschen stört. Und das letzte Thema, was mir auch gerade wieder eingefallen ist. So ein kleines Umstiegsvideo von Windows 7. Was ich hier aktuell benutze. Kann ich hier mal ganz kurz. Warte mal, Windows E war das, glaube ich. Ja, das war falsch. Egal. Doch, war fast richtig. So, Windows 7 benutze ich ja hier. 64 Bit. Wo steht es denn da? Windows 7 Ultimate. Und ich habe mir Windows 8 hier gekauft. Habe ich vor mir liegen. Windows 8.1. 64 Bit. Vollversion DVD. Ja, kann ich euch gerne im Video zeigen. Die meisten glauben ja, ich würde mir alles illegal holen. Alles cracken. Alles dies, das und so weiter. Ja, aber nein. Habe ich nicht. So, Windows 8 habe ich auch. Dann würde ich so einen Umsteiger-Guide machen. Ich bin selbst gespannt. Ich habe noch nie Windows 8 benutzt und Windows 8.1 hat mich jetzt schon so ein bisschen überzeugt. An einigen Stellen und Ecken finde ich das Betriebssystem besser als Windows 7. Und an einigen Stellen und vor allem bei der Benutzeroberfläche finde ich es noch schlechter als Windows 7. Aber das habe ich noch nie richtig getestet. Deswegen wollte ich so einen kleinen Guide machen, wie ich mich so fühle, wenn ich umsteige. Und das würde ich dann bald machen. Ob ich darüber ein Video machen soll, entscheidet ihr. So, das war es dazu. Ich glaube, ich schneide das mal in zwei Videos um. Ihr seht das als einzelnes Video jetzt, weil ich merke schon, das ist einfach zu lang geworden. Das heißt, hier drunter bitte einfach eure Sachen schreiben, eure Favoriten. Entweder die Themen, die ich gerade genannt habe oder eben neue Themen, die ihr hören wollt, rund um PC und sowas. Und jetzt im nächsten Video, was dann gleich hochgeladen wird, oder auch am nächsten Tag hochgeladen wird, dann seht ihr die Monitore und was es für Probleme gibt. Das heißt, das erste Thema. Ich muss es jetzt in zwei Parts machen. Das wird irgendwie einfach zu lang. So, dann also bis zum nächsten Video. Ich freue mich über eure Vorschläge für Themen. Ich freue mich über eure Abstimmungen, Ergebnisse, wie auch immer, bla bla. Schönes restliches Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Also bis gleich.